Okay, der erste Tag der Woche heißt Montag, denn da fehlt mir die Motivation. Und am Dienstag starben die Dinosaurier aus, Papa sagt, das heißt Evolution. Mittwoch bekam seinen Namen, falls es nicht die Mitte der Woche ist. Und Donnerstag lässt sich wie mein Stresspegel ertragen, wenn man ihn am Freitag missen. Ja, warum heißt Freitag, denn Freitag? Ja, weil da immer alle arbeiten. Und zu Samstag fällt mir nur das Samtssein, doch in den zehn Geburten steht, du sollst nicht beiteln. Am Sonntag kommt die BSR und holt den Sondermüll. Ich find immer ne Erklärung, wenn ich was verstehen will. Willkommen in der Matrix, schön, dass du da bist. Mein Name ist Hades. Hast du Fragen? Dann frag mich. Äh, ich hab keine Fragen. Willkommen in der Matrix, schön, dass du da bist. Komm in unser Tourboot. Ich erklär dir dein Swiss-Code. Was? Was? Was ist ein Swiss-Code? Ey, kann ich dir leider auch nicht sagen. Kann man das dir mal sagen? Nee. Was ist ein Swiss-Code? Ja, keine Ahnung. Hallo? Was haben wir uns nicht gesagt? Ja gut, dann halt nicht. Ja, nee. Tut mir leid, Mann. Boah, das ist ja ganz schön lang. Ja. Voll lang der Fahrt. Voll. Ist ja doppelt so lang, wie ich dachte. Ja, 16 war's, Mann. Hm, okay. Pass die Erde als ne Kugel? Lass mir zu krass, Mann. Die Erde, sie ist flach. Schwöre, ich bin ein Flachmann. Wir waren nie auf dem Mond. Eine riesengroße Lüge. Die deutsche Bahn, sie existiert, aber sie hat gar keine Züge. Komm, wir packen ein paar Brownies mit Haschmann und lassen AKK dann dran naschen. Dann steht sie im Bundestag und ist völlig breit. Wir schauen hier zu und haben ne gute Zeit. Wir können chillen. Mann, diese Welt existiert nicht. Ist es nur in deinem Kopf? Ey Bruder, wirklich, wir haben alle Zeit der Welt. Ist es alles ganz entspannt? Klimawandel existiert nicht. Darauf gab mir Trump die Hand. Wir konnten Tortenwettbewerb mit Bullet-Time-Effekt. Haben Kuchen mitgebracht. Butterfly-Konfekt. Du warst schon gar nicht schlecht mit deinem Butterkuchen-Blech. Du backst schon ziemlich fehlerfrei, aber wir perfekt. Willkommen in der Matrix. Schön, dass du da bist. Dein Team ist dein Computer. Ich reboote dein Router. Willkommen in der Matrix. Schön, dass du da bist. Die Legionen, die Legionen. Ja. Deine Neuronen. Cool. Woll. Okay. Fegel dich mal runter, ja? Alright. Woll. 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 Woll.